Es gibt so viele Möglichkeiten, um Frische zu erhalten, um Gutes zu bewahren, um Wertvolles zu transportieren und dabei die Umwelt zu schonen. Frische und Qualität auf höchstem Niveau bieten. Aus der Region für die Region. Um diesem Vorsatz treu zu bleiben, setzt Edeka Brüggemeier jetzt auf ein innovatives, nachhaltiges Konzept. Mit dem neuen Mehrwegsystem können Sie die Frische und Qualität direkt aus der Frischetheke erleben. Und das völlig ohne Verpackungsmüll. Bringen Sie einfach Ihr eigenes Transportgefäß mit oder nutzen Sie eine der angebotenen Mehrwegboxen. Frisch, einfach, ressourcenschonend. Egal ob Wurst, Fleisch oder Käse. Mit dem Mehrwegsystem bleibt der erstklassige Hygienezustand der Frischetheken gewahrt, während Sie die Frische unserer Produkte ohne unnötige Verpackung direkt mit nach Hause nehmen können. Völlig ohne Verpackung geht es auch an der Kasse weiter. Einfach, leicht, platzsparend mit der praktischen Faltbox. Nehmen Sie die Frische mit nach Hause. Mit dem neuen Edeka Brüggemeier Mehrwegsystem. Gemeinsam für die Umwelt. Eine Kooperation von Edeka Brüggemeier und Walter Faltsysteme.